Kira, hast du Lust? Einfach nicht streicheln, ne? Ja, ja. Lassen sie sie einfach, wenn sie mit ihnen gehen will. Ich habe keine Angst zu haben. Kennst du diese, äh... Die sind so spazierend ohne Säule. Die sind so spazierend ohne Säule. Und hier. Hier, hier sind viele, ne? Hier sind auch einer. Hier heißt der Otakus Atlas. Das ist Atlas Moth. Der muss ja in Amerika sein, in USA. Der Monarch. Das qualmt hier rüber. Giftigen Gas. Boah, ich riech das. Riech... Quark, Quark. Quark, Quark. Wo ist er? Da... Dann stellt er sich tot. Guck. Die kannst du umdrehen. Er stellt sich tot. Glaubst du, der... Steht nochmal auf? Ne. Steht nicht. Hier. Ich verlasse dann. Das passiert noch. Ich verlasse das. Nach ein paar Sekunden geht der wieder. Ja. Der ist echt tot. Der ist echt tot. Ihr denkt, der war gestorben. So quer. Ja, guck mal. Jetzt quarkt er wieder. Der fliegende Frosch. Ja.